einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer udin begrüße euch zu einem neuen platin guide wir hatten jetzt gerade bei space platin gemacht jetzt ziehe ich noch space 2 hinterher da gibt es auch ein paar tipps die habe ich mir hier in der textdatei geschrieben so und zwar wenn wir jetzt am anfang steuerkreuz nach unten drücken und x und so das level starten sind wir unverwundbar und können jetzt hier punkte machen und kann nichts mehr passieren also wort die risiko einfach einfach kann natürlich auch auf der stelle bleiben und einfach mal schießen dauert dann aber natürlich noch länger ja 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 ich weiß jetzt gar nicht wie viele punkte nur level 5 muss man erreichen oder so ja 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 Das war's für heute. Ich glaube, es waren 1000 Punkte und Level 5. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. So. Und dann bleibt jetzt nämlich nur noch ein Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ich euch damit Freude machen konnte. Däumchen wären, Träumchen wären. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Bis zum nächsten Mal.